Hallo alle zusammen, heute sprechen wir über das Sony 200-600mm Vollformatobjektiv, vor allen Dingen für Wildlife-Fotografen gedacht, aber warum ich das Ganze schon viele Jahre benutze, wo ich die Stärken und Schwächen sehe und viele Beispielbilder, das siehst du jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Fangen wir an erstmal mit dem Transparenzmodus, also Hashtag Transparenz. Dieses Video wird nicht gespondert von Sony, von niemandem sozusagen. Ich darf meine Meinung vorher äußern und ich möchte dir vor allen Dingen sagen, wie meine Erfahrung mit diesem Objektiv bislang war. Ich benutze es jetzt schon viele, viele Jahre und natürlich ist es vor allen Dingen aufgrund des Brennweiden-Bereiches für Wildlife-Sachen gedacht und geeignet, aber man kann das auch zweckentfremden, wo und wann ich das gemacht habe, das wirst du jetzt auf jeden Fall hier erfahren. Fangen wir erstmal an mit Verarbeitung und Haptik. Du siehst, das Objektiv ist sehr groß, es ist kein kleines Objektiv und es ist deutlich größer als ein 70-200. Objektiv, also wenn du ein 70-200mm Objektiv hast mit Blende 2.8, wirst du feststellen, das hier ist nochmal deutlich größer und schwerer. Das hat aber auch einen Grund. Es ist sehr massiv, es hat einen Innenzoom, das heißt, wenn du zoomst, bewegt sich nichts raus oder rein. Du hast quasi diese typische Luftpumpe. Ich finde das sehr gut. Ich bin da ein Fan von, weil ich vorsorgen kann, dass mir hier irgendwas reinrutscht in das Objektiv. Ich mag es nie, wenn die Objektive außen fokussieren. Es ist deutlich kompakter dadurch und vor allen Dingen das Fotografieren mit dem Objektiv ist nochmal entspannter, weil du keine Verlagerung des Gewichtspunktes hast. Das ist ein Thema, wenn du Sony-Kameras verwendest wie an diesem Objektiv, die sehr klein und leicht sind, dann ist es vor allen Dingen ein Thema, wie kopflastig das Ganze wird und das ist hier sehr gut durch die Innenfokussierung. Du siehst, ich habe das Ganze mir auch so ein bisschen custommäßig beklebt mit einem Schutz an Folie. Kann man im Internet ganz einfach bestellen, kostet jetzt nicht wahnsinnig viel, je nachdem welcher Hersteller. Hat vor allen Dingen den Effekt, dass es objektiv dunkler ist. Das heißt, im Wald wird es, dadurch, dass es nicht mehr weiß ist, nicht so schnell erkannt. Es könnte reflektieren und es hat den praktischen Vorteil, dass das Objektiv gegen Kratzer und Stöße etwas geschützt wird. Also wenn es runterfällt auf einen festen Stein, dann siehst du das natürlich auch, aber die Folie hält so ein bisschen die Abnutzung ab und ich finde vor allen Dingen das Aussehen ziemlich gut. Du siehst, hier gibt es eine ganze Menge Knöpfe zum Einstellen. Das heißt, du kannst dir den Bildstabilisator einstellen, du kannst dir den Fokusbereich einstellen, du kannst den Bildstabilisator-Modus einstellen, Autofokus, manueller Fokus. Da gibt es eine ganze Menge, die du da ein- oder abschalten kannst. Das finde ich immer gut. Das Wichtigste für mich ist vor allen Dingen das Thema Autofokus, manueller Fokus und das Thema Bildstabilisator. Ja, meistens weiß ich auch, wohin ich fokussiere im Sinne von, ich weiß, den Fokusbereich abzuschätzen, könnte man es im Vordergrund reinrennen oder irgendwie Gras im Vordergrund bewegen und dann springt der Fokus zurück. Da könnte ich jetzt noch den Fokus sozusagen begrenzen, aber in der Regel benutze ich den Fokus auf Full. Das heißt, ich kann ab 2,4 Meter vor mir etwas fokussieren, das ist die Mindestabstandsgrenze oder eben bis zum Ende quasi unendlich. Das lasse ich meistens auf Full, aber den optischen Stabilisator, den lasse ich gern aktiviert, weil das Objektiv vor allen Dingen aus der Hand recht gut funktioniert. Also es dürfte nicht größer und schwerer sein, aber das ist noch so ein bisschen, wo ich sage, dass die Grenze, das geht noch aus der Hand recht gut. Vom Stativ aus geht das Ganze natürlich auch gut so benutzen. Du kannst dir diese Stativstelle hier abmontieren oder eben nach unten konzipieren. Das heißt, du drehst hier etwas locker und dann kannst du das ganze Vorführeffekt jetzt und das Ganze dann hier so einstellen, dass es quasi nach unten liegt. Jetzt ist es quasi nach unten eingestellt und die Knöpfe sind alle hier so ablesbar. Ich mag das gern nach oben schieben, weil ich das Objektiv nicht so oft auf der Stativ benutze und zum anderen das Objektiv an dieser Stativstelle tragen kann. Und das ist sehr praktisch, wenn du länger unterwegs bist, weil es wiegt halt knapp über zwei Kilogramm und die Kamera hier dran, das ist eine recht entspannte Kombination, wenn du das Objektiv so tragen kannst. Hier ist die Kamera dran, du musst quasi nicht den Rucksack immer legen, legst du von dir aus wahrscheinlich nicht, wenn du unterwegs bist. Von so her ist das ganz gut. Du kannst den Griff auch noch mit so einem schnellen Quick Release hier sozusagen abnehmen, indem du reindrückst und ihn abmachst, wenn es dich stört. Und dann kannst du ihn hier so draufschieben, halt wieder Vorführeffekt so draufschieben, dann raste das ein und festdrehen kannst du es an der Seite. Durchaus praktisch, dabei natürlich auch die Gegenlichtblende, die brauchst du zwingend, gerade wenn du im Gegenlicht fotografierst oder im Seitenlicht, dann ist das ein Thema und ich benutze es tatsächlich fast immer am Objektiv. Also wenn es darauf ankommt, ist es dran. Ansonsten gibt es noch drei Custom Buttons hier oben, also kein Drehrad, wie typischerweise bei Canon und Nikon, sondern du hast hier die Möglichkeit, drei Knöpfe dir frei zu belegen. Du kannst alle drei mit unterschiedlichen Funktionen belegen, finde ich richtig, richtig gut. Hier lege ich mir in der Regel dann den Fokusbereich drauf. Also möchte ich jetzt den Augenautofokus oder möchte ich ein Feld haben oder einen Punkt, dann lege ich mir das meistens hier auf diese Knöpfe. Das habe ich auch getan, damit ich sozusagen beim Fokussieren auf ein Tier schneller umschalten kann zwischen Augenautofokus, wenn das Tier gut erkennbar ist oder sehr klein ist und ich möchte doch trotzdem die Augen gut scharf gestellt haben. Wenn ich ein bisschen näher dran bin, dann mag ich den Augenautofokus benutzen, wenn er funktioniert, Sony. Und ansonsten nehme ich den Punkt oder etwas größeren Feldbereich, wenn es ein größeres Tier ist. Das geht in der Regel auch recht gut. Das Objektiv ist natürlich in der Benutzung immer abhängig davon, welche Kamera du hinten dran benutzt. Also wenn du jetzt losziehst und möchtest gerne Leoparden fotografieren oder Wildvögel bei dir in der Umgebung, dann ist es mit einer A7II Kamera total schwierig, sozusagen gut damit zu fokussieren, weil das Objektiv auch die neueren Kameras unterstützt und die sind eben deutlich schneller und besser. Und es lohnt sich an diesem Objektiv vor allen Dingen, ich sag mal ab der A7III Reihe aufwärts eine Kamera zu benutzen, weil der Autofokus flott sein muss, weil die Motiverkennung vor allen Dingen sitzen muss im Wildlife-Bereich und dann ist das eine recht gute Kombination. Ich selbst nutze das Objektiv mit der A7R5, die mich gerade eben auch filmt und das ist eine okayische Kombination. Also ich habe so ein bisschen so eine Hassliebe in dieser Kombination. Mit der A7IV war es deutlich besser, habe ich das Gefühl. Also die A7IV hat deutlich mehr schärfere Bilder produziert bei Wildtieren. Die A7R5 hat natürlich einen total guten Motiverkennungsmodus. Das heißt also, die Kamera erkennt tiptop Tiere, Menschen, Objekte besser als die der Kamera, die ich bisher vorher hatte aus dem Hause Sony. Was sie aber nicht gut macht, ist für meine Begriffe den Fokus richtig setzen. Man muss unterscheiden zwischen Motiverkennung und Autofokus, Fokuserkennung. Fokus wird zum Scharfstellen benutzt natürlich und die Motiverkennung sorgt dafür, dass man überhaupt erkennt im Bild, das ist das Flugzeug, das ist das Auto, das ist der Vogel, das ist das Reh und das funktioniert an A7R5 richtig gut. Und hätte ich quasi die Zeit und die Lust, jedes Motiv manuell scharf zu stellen, wäre es auch in der Regel scharf. Die Kamera neigt aber dazu, mir anzuzeigen, das Auge ist fokussiert und ich löse aus mit diesem Objektiv auf den Vogel und trotz kurzer Belichtungszeit und zum Teil auch niedriger ISO ist das Bild unscharf, immer so mikroverwackelt. Das war mit der A7IV nicht der Fall, also deutlich weniger der Fall als mit der A7R5 in meinem Fall hier. Allerdings muss ich sagen, dass die Kombination trotz alledem recht gut, wenn es dann trifft und scharf stellt, wirklich gut funktioniert und auch wirklich abliefert. Denn das Objektiv, ich habe es am Anfang schon erwähnt, es richtet sich vor allen Dingen an Wildlife-Fotografen oder Filmer und die, die draußen quasi mehr Zoom-Range brauchen und das kann schon hier und da ein Thema sein. Und ja, ich trage es auch wie meine Fotokollegen, gerade auch Erik, grüße ich Ihnen raus, des Öfteren einfach mal so mit, gerade auch am Eibsee, wo du sagst, ja gut, am Eibsee in den Bergen ist totaler Unsinn im Grunde, Unsinn bis 600 Millimeter Objektive mitzunehmen. Denn das kann aber ein Thema sein, wenn du dort Enten fotografierst oder Wildtiere oder Gämse oder Murmeltiere, also wenn du ein bisschen höher in den Alpen unterwegs bist, dann kann das ein Thema sein. Und das kann dann ziemlich cool kommen, wenn du aufgrund des Objektivs näher rankommst an die Tiere und sie sich quasi nicht so gestört fühlen und du dann gute Shots bekommst. Also das ist so ein bisschen die kleine Empfehlung von mir an dich. Wenn du eine Region hast, wo du sagst, da könnten wirklich Wildtiere auftreten und nicht die üblichen Verdächtigen und es lohnt sich, dann lohnt es sich, so ein Objektiv auch mit über zwei Kilogramm auf den Berg mitzuschleppen, weil es einfach sehr gute Blendenwerte hat und weil es eine sehr gute Abbildungsleistung hat. Und es ist zwar kein GM Objektiv, aber ein G-Klasse Objektiv, was wirklich eine sehr gute Bildqualität hat, was ein tolles Bokeh hat, je nachdem wie weit entfernt du bist und du hast natürlich die Möglichkeit, deinen Vollformat-Sensor voll auszunutzen. Das ist kein APS-C Objektiv und das ist schon ziemlich gut. Ich habe vorhin gesagt, zur äußeren Haptik und zur Erscheinung, es ist natürlich sehr massiv, es ist sehr schwer, es wiegt über zwei Kilogramm und das musst du eben wissen, wenn du jetzt unterwegs bist und das Ganze einsetzen möchtest, ob du bereit bist, das Ganze zu tragen. Es gibt leichtere Alternativen, wie zum Beispiel das 135er von Sony, das ist aber deutlich kürzer in der Brennweite, obwohl du das mit einem 2-fach oder 1,4-fach Telekonverter benutzen könntest, ist es nicht die Range, die du mit diesem Objektiv haben könntest. Und ich weiß, dass sehr viele von euch sehr liebäugeln mit diesem Objektiv, weil es eben einen großen Brennweitenbereich hat, noch ein bisschen kompakt ist und vor allen Dingen bezahlbar ist. Also auf der Sony-Webseite liegt es aktuell immer noch bei 1.800 Euro. Ich weiß aber, dass der Straßenpreis neu bei ungefähr 1.5, 1.6 liegt und das ist wirklich eine rechte Kampfansage an alle anderen Hersteller. Auch ein Sigma, die ja das 150-600mm Objektiv haben, weil ich auch hier einen Test hatte. Das ist ein anderes Objektiv, das ist eine andere Art auch des Fokussierens, des Fotografierens. Und auch wenn das ein bisschen günstiger ist, muss ich sagen, ist für rein den Sony-Mount das immer noch die bessere Wahl. Auch wenn es zum Teil ein bisschen teurer ist, aber es ist die bessere Wahl, eben weil es innen fokussiert, weil es abgedichtet ist vor Spritzen Staubwasser und weil es vor allen Dingen im Gesamtsystem für mich mehr Sinn ergibt. Wenn ich eine Sony-Kamera habe und den großen Brennweitenbereich eben bis 600 brauche, aber keine 13.000 Euro ausgeben möchte für ein Objektiv, dann macht es für mich total Sinn, dieses Objektiv zu nehmen, weil es eben im Gesamtkonzept viel sinniger ist, auch was die Farben betrifft und die Bildqualität, als die anderen Objektive. Was nicht heißt, dass die anderen Objektive das nicht könnten. Für meinen Eindruck ist der Weg zum Bild oder zum Video mit diesen Objektiven hier einfach der bessere und der einfachere, weil von A bis Z alles stimmt und am Ende die Qualität auch passt. Speaking of Bildqualität, ich habe es gerade eben gesagt, ich hatte so ein bisschen meine Probleme, allerdings, wenn der Autofokus sitzt und wenn du richtig scharf stellst, dann passt auch alles. Dann bekommst du knackscharfe Bilder bis an den Rand. Du kannst damit natürlich auch tolle Landschaftsaufnahmen machen, wenn du sozusagen auf eine Felsenkette drauf hältst und da mal mehr ranzoomen möchtest, bekommst du quasi von dem einen bis zum anderen Ende deutlich wirklich sichtbare, gute Bildqualität, die teilweise echt seinesgleichen sucht, vor allen Dingen in dieser Preisklasse. Das darf man nicht vergessen und dafür lässt es sich auch zum Teil zweckentfremden und natürlich aber auch für die Wildlife-Fotografie und das habe ich wirklich des Öfteren gemacht. Jetzt ist ein bisschen die Frage, Portrait-Fotografie, ja, lohnt sich das? Ja, nein, vielleicht? Also ja zur Spielerei. Du darfst aber nicht vergessen, dass je höher die Brennweite ist, die Komprimierung am Bild auch mehr zunimmt. Wenn du sozusagen Menschen fotografierst, sieht der Kopf bei 85mm oder 100mm Brennweite anders aus, also plastischer nochmal ein bisschen mehr aus, als bei 200-300mm. Also wenn du ein 70-200mm Objektiv hast und zoomst auf 200mm voll rein und machst ein Portrait und vergleichst das mit 100mm, dann hast du nicht nur einen anderen Look durch das Bokeh im Hintergrund, also durch den Hintergrund generell, sondern auch die Komprimierung nimmt zu. Und dann sehen Köpfe auch mal schnell so ein bisschen verdichtet und klein aus und der Look gefällt mir nicht so wirklich, muss ich sagen. Deswegen im Wildlife-Bereich bist du aber angewiesen auf längere Brennweiten und da muss ich sagen, spielt das Objektiv wirklich seine Stärke komplett aus. Du hast einen sehr, sehr großen Durchmesser, 95mm. Ich habe hier vorne auch einen Filter drauf, so ein bisschen UV-Filter, aber mehr als Schutz, dass ich mir die Linse schütze. Wenn ich mal nur ranstoßen sollte oder drauf fassen sollte versehentlich, da lässt sich so ein Filter in der Regel etwas einfacher austauschen oder reinigen, als die Linse selbst drinnen, wo auch nochmal Dreck drin hängen bleiben kann. Ansonsten, wenn du einen D-Filter drauf benutzen möchtest oder Pull-Filter, sind es eben mit die teuersten, die du kaufen kannst, außer du hast ein Stecksystem, aber das noch vorn dran, come on, macht man glaube ich nicht. Also ich zumindest nicht. Aber ansonsten ist es tatsächlich okay, weil du eben vorn noch eine Filtermöglichkeit von drauf schrauben könntest. Schade finde ich, dass du hinten nichts einsetzen kannst. Das wäre wahrscheinlich günstiger und deutlich praktischer und einfacher, wenn du hier hinten einen ND-Filter oder Pull-Filter draufsetzen könntest. Das geht leider nicht. Was aber geht, ist einen Telekonverter daran zu benutzen und zwar den 1,4-fachen und den 2-fachen. Und dann verengt sich sozusagen dein Sichtfeld, was den Autofokusbereich betrifft. Also die Sony kann in der Regel nicht mehr komplett das Bildfeld abdecken mit dem Autofokusbereich, aber im Zentrum reicht das immer noch aus, um das Wesentlichste abbilden zu können. Und gerade im Wildlife-Bereich bin ich persönlich nie dabei, dass ich am Rand die Tiere setze zum Fokussieren und zum Fotografieren, sondern eher im Bildzentrum, weil ich dann ein bisschen eine Bildkomposition und ein bisschen variieren kann, zuschneiden kann. Ich setze dann das Objekt oder das Motiv noch ein bisschen an den Rand, oben und unten und dann geht es auch noch mit dem 2-fach oder 1,4-fachen Konverter gut in der Benutzung. Die Blendenwerte nehmen natürlich auch nochmal ab, wenn du das machst und der Autofokus ist nicht mehr ganz so flott, das musst du wissen, aber du könntest rein theoretisch auf 1200 mm hochkroppen durch diesen 2-fachen Konverter, also nativ hochkroppen und das ist schon eine ganze Menge. Also das ist, das kann ein Thema sein, gerade bei sehr sehr scheuen Tieren, wo du sehr weit weg sein musst, da kann das ein Thema sein und dann, wenn du den dabei hast, ist es ideal, du kannst ihn quasi dran verwenden und wenn du ihn nicht mehr brauchst, machst du ihn einfach ab. Soviel zur Haptik, zur Verarbeitung, so ein bisschen zum Nutzungsverhalten und meine Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Jetzt ist ein bisschen das Thema 200 bis 600 mm, die Nachteile, die ich sehe und vor allen Dingen auch der Nutzungsbereich. Also ich muss sagen, 200 mm, das ist sehr speziell, weil ich in der Praxis oft festgestellt habe, dass ich, wenn ich gerade in den Bergen unterwegs bin, gern 150 oder 100 mm gehabt hätte. Ja, da gibt es von Canon dieses 100 bis 500, das typische und das ist eigentlich die bessere Wahl, wenn du ein Landschafts- und Waldleifobjektiv möchtest. Dann würde ich, bevor du dir dein 100 bis 400 mm Objektiv kaufst, eher das 100 bis 500 vorziehen, weil du meistens die besseren Blendenwerte hast und vor allen Dingen hinten raus nochmal 100 mm mehr Zoom hast und 100 mm mehr, das ist eine ganze Menge. Also 50 mm, 20 mm siehst du nicht immer gleich, aber 100 mm mehr, das ist definitiv eine Ansage und vor allen Dingen nach unten 100 mm mehr zu haben, das ist wirklich sehr viel, das macht wahnsinnig viel aus. Und ob ich 200 als Anfangsbrennweite habe oder 150 oder 100, das ist wirklich viel, das unterschätzt man wirklich gerade in der Landschaftsfotografie. Also wenn dieses Objektiv 150 oder 100 mm Anfangsbrennweite hätte, wäre es nochmal deutlich flexibler, von mir aus auch ein bisschen schlechtere Blendenwerte, aber 150 mm oder 200 mm, das ist definitiv ein Unterschied, gerade wenn du an der Seite Alm unterwegs bist oder am Eipsi unterwegs bist, dann kann das ein Thema sein und dann wirst du es wahrscheinlich eher selten oder gar nicht benutzen, weil ich in der Regel festgestellt habe, 200 mm ist dann schon zu nah dran. Also gerade vor ein paar Jahren, als wir für Kempinski unterwegs gewesen sind, da waren die 200 mm einfach zu nah, da war ich bei 200 mm einfach zu nah am Motiv dran, am Objekt dran und das frustrierte natürlich, weil rauskroppen geht nicht, also zurück, geht natürlich nicht. Und dann nimmst du ein anderes Objektiv und dann steckst du um auf 70-200 und ja, also das wäre schön gewesen, das musst du im Vorfeld wissen. Ich denke, allein deshalb kann Sony das Objektiv auch so kompakt bauen. Von Nikon gibt es ja das 180 bis 600 mm, das finde ich deutlich charmanter, was den Brennweitenbereich angeht, weil 20 mm nach unten, das ist eine Möglichkeit, vielleicht noch ein bisschen mehr rauszukommen, vielleicht den See unten zu zeigen, den Fluss oder Menschen in Verbindung mit der Natur. Das kann ein bisschen was retten, was dein Motiv betrifft, demzufolge. Bedenke, dass es auch von Nikon auch das gibt, wenn die die 200 mm von Anfang an zu weit, einfach zu weit weg sind. Und dann ansonsten im Nutzungsbereich ist es natürlich sehr speziell. Ich habe gerade eben gesagt, Portrait-Bereich, ja, kann man damit benutzen, allerdings ich persönlich nutze dann eher das 105 mm oder klassisch 70-200 und das dann eher nicht. Aber als Wildlife-Fotograf oder Filmer, der jetzt in den Anfängen steckt und sagt, ich habe jetzt ein 70 bis 300 mm, ein Power-Zoom benutzt und möchte jetzt den nächsten Step gehen, dann ist das definitiv für Sony-User die erste Wahl, weil du für das Geld wirklich viel Objektiv bekommst, viel Brennweite bekommst. Du bist wahnsinnig flexibel und du verbrennst deine Geldbörse nicht ganz so sehr, als wenn du jetzt für 8.000 Euro, 13.000 Euro jetzt das größte, beste Zoom-Objektiv kaufen würdest. Gerade das 400er oder das 600er von Sony, das schlägt halt ordentlich zu Bure und das kann und will natürlich nicht jeder gleich kaufen und sich leisten. Also für die ist auf jeden Fall das Objektiv sehr zu empfehlen und auch für die, die Sportfotografie machen, gerade am Fußball-Spielfeldrand, gerade jetzt so EM aktuell, beziehungsweise generell, wenn du so ein bisschen, ja, Football, Fußball oder draußen Sport fotografierst drinnen, Indoor-Handball, Basketball, Eishockey, ja, würde ich wahrscheinlich eher damit nicht machen, weil es einfach zu schlechte Blendenwerte hat. Da brauchst du eher die Blende 4 oder Blende 4, 5. Das hat das Objektiv natürlich nicht durchgehend, aber da gibt es andere Möglichkeiten mit Objektiven. Aber alles, was draußen ist, gerade im Fußballbereich, vielleicht auch im Hobbybereich, nicht im Profi, aber im Hobbybereich ist das ein Thema, da kannst du durchaus mit diesem Objektiv gute Bildergebnisse erzielen und ich denke, es macht total Sinn, dann auf dieses Objektiv zu schauen, wenn du eine dementsprechende Kamera hinten dran ab der A7 III aufwärts hast, dann kann das wirklich eine Granate sein, mit der du recht gute Bildergebnisse erzielen kannst. So, ich mache das natürlich nicht, ich mache keine Sport-Action-Fotografie damit, aber Wildlife lohnt sich auf jeden Fall, weil du eben sehr vielseitig damit unterwegs sein kannst. So, ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen für die Entscheidungsfindung zum Objektiv, ja oder nein, weil ich weiß, sehr viele interessiert das, es ist sehr attraktiv im Preis, es ist sehr attraktiv in dem, was es liefert, in dem, was es bietet. Von so her kann ich nur sagen, leihe es dir im Zweifel aus und wenn nicht und du kaufst es dir und bist unzufrieden, der Straßenpreis ist auch noch recht stabil, gerade im Wiederverkauf. Von so her, glaube ich, ist es nicht unbedingt der schlechteste Griff, wenn man sagt, man kauft es sich, braucht es vielleicht nicht so oft, aber für zwei, dreimal im Jahr, wo du es brauchst, na, ist es auf jeden Fall, für mich zumindest, ist es dann schon die erste Wahl, spätestens für den Wildlife-Bereich, für Vögel und gerade auch, als ich letztes Jahr auf den Lofoten gewesen bin und wir die Puffins fotografiert haben, da war das halt, also wirklich Gold wert, dieses Objektiv, da wäre ein 70-200 nie nachgekommen, ich konnte mit dem Objektiv perfekt die Tiere nachverfolgen, die Adler fotografieren, der Bildstabilisator hat super funktioniert, also sobald du den Bild stabil an hast und leicht durchdrückst auf den Autofokus, ist das Bild so smooth, so stabil, also das lässt quasi keine Wünsche offen und du siehst und merkst gerade, wie ich davon schwärme, es war perfekt und sehr schön, damit zu arbeiten. Klar, geht es nochmal besser mit den teureren Objektiven, aber für alle, die, wie ich, da eher so im Semi-Hobby-Bereich unterwegs sind, was die Wildlife-Sachen angeht, da ist das schon wirklich die beste Wahl, was das Gesamtpaket betrifft und daher kann ich nur sagen, wenn du dich dafür entscheidest, wirst du es, denke ich, nicht bereuen. Wenn du es dir holst, wünsche ich dir viel Spaß damit und viel Freude bei deiner Fotografie und mich würde interessieren, ob du das Objektiv bereits hast, was deine Erfahrungen damit sind, wie du es siehst, bist du der Meinung, das ist auf jeden Fall die beste Alternative für alle, die im Wildlife-Bereich unterwegs sind oder unterwegs sein wollen, dann schreib das gerne hier in die Kommentare unter diesem Video und wenn du sagst, du überlegst noch, hast Bedenken mit dem Objektiv, schreib sie auch gerne unter dieses Video, das würde mich sehr interessieren. So, und wenn dir das jetzt geholfen hat und gefallen hat, dann lass natürlich gerne einen Daumen nach oben hier, abonniere meinen Kanal, das hilft mir wieder, vielen Dank dafür und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! Wir sehen uns im nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020